Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Fieduan Campus Rucksack. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Rucksack für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon Angebot zum Rucksack unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, wer viel unterwegs ist, der weiß, wie nützlich ein praktischer Rucksack ist. Doch worauf sollte man hier überhaupt beim Kauf achten, fragst du dich vielleicht. In meinen Augen ist die Qualität der ausschlaggebende Faktor. Denn wenn du viel unterwegs bist, dann soll natürlich kein Dilemma passieren und dein Rucksack kaputt gehen. Das wäre wirklich nicht so toll. Bei diesem Rucksack gefällt mir die materielle Verarbeitung wirklich sehr gut. Ich bin der Ansicht, dass es sich hier um einen qualitativ hochwertigen Rucksack handelt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich als fair bewerten. Das soll aber natürlich jeder Freund des hochwertigen Rucksackes für sich selber beurteilen. Das ist hier wirklich nur meine Einschätzung. Was ist neben der Haltbarkeit und der Qualität der materiellen Verarbeitung bei der Auswahl des Rucksackes noch wichtig? Das Design spielt hier natürlich auch eine große Rolle. Hierzu muss allerdings gesagt sein, dass das natürlich komplett individuelle Geschmackssache ist. Also hier hat wirklich jeder seine eigenen Vorstellungen von einem stylischen Rucksack. Ich bin der Ansicht, dass das Design hier wirklich sehr passend ist und auch sehr cool und einfach schick aussieht. Und dementsprechend auch ein kleiner aber feiner Pluspunkt ist, welcher für diesen Rucksack spricht. Insgesamt betrachtet gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis vom Rucksack sehr gut, sodass ich hier in der Tat eine Kaufempfehlung aussprechen kann. Das Amazon-Angebot zum Rucksack werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, Ciao! Ciao!